So, jetzt geben wir gerade ein wenig Opsi. Ja. Achtung. Das ist wie in Europa. Ja, das ist ja nicht wahr. Im Hasliberg, beim 10er Mann Kilian von Weissen Club. Ja, im Sommer gibt es manchmal schon noch Lenktage. Das glaube ich, ja. Wenn es so richtig warm ist, vielleicht noch strenge Arbeit auf dem Dach oder so, dann ist es schon, ja, über den Tag schon fast ein Training. Ja, das glaube ich. Aber vieles ist man dann auch für einen Sonntag gewöhnt. Wieso heißt es im Schwingfest? Ja, genau, das ist ja so. Heute nimmt er ein Fahrzeug, das in der Region Hasliberg auffällt und nicht jede Zimmer einbieten kann. Hebenbühne montieren und los geht's. Du, das ist ein Bubentrum, den du hier leben kannst, oder nicht? Ja, das ist ja so. Das wünscht sich doch auch bei jeder Tür. Ja, ja, das ist natürlich so eine Maschine. Die hat so viel Power. Also ich kann jetzt auch nicht schnell ein Rundchen machen. Schade. Ja, bei dir machen wir vielleicht eine Ausnahme. Ach schon, das ist ja natürlich etwas. Also, jetzt müssen wir auch nur zwei, drei Sachen einstecken. Die ECW können wir jetzt hier dranstecken. Jetzt kannst du den anderen weg drehen. Ja. Aber wenn es so fettig ist, kann ich gar nicht richtig anziehen. Oder? Ja, ich versuche es jetzt nur gleich ein wenig nachher zu sehen. Ja, schön. Nein. Während der Fahrt Richtung Bergbahnen gibt es für euch in der Zwischenzeit der Rückblick auf die Schwarzsee schwingen. Bei schönstem Wetter pilgern am letzten Sonntag über 4'000 Schwingfans an Schwarzsee als traditioneller Bergkranzfest. 21 Eidgenossen treten dabei an. Auch im zweiten Gang sind der Thomas Sempa und Florian Gneggi auf Platz 1. Der Gneggi leitet im dritten Gang Lario Kramer auf den Rücken. Für das gibt es eine Szene. Und es zeichnet sich ab, was dann im Schlussgang Realität wird. Florian Gneggi tritt gegen Gudin Orlik an. Drei Mal schon ist der Gneggi bei einem Bergfest im Schlussgang gestanden. Gewonnen hat er bis jetzt nie. Doch das Mal soll es endlich gelingen. Der Orlik wird vom Gneggi nach drei Minuten auf den Rücken gelegt. Im Schlussgang entscheidet Florian Gneggi also für sich und wird Festsieger vor Schwarzsee schwingen. Jetzt habe ich die Fahrzeuge einbereit. Jetzt können wir ein Gestalt anlegen und dann geht es topse. Muss ich hier? Ich glaube, es kommt gar nichts an. Ich glaube, es wird. Ist es so? Noch gut, ich habe kein Röckchen angelegt. Ja, das auch. Ja, da hätten wir einfach keine Sache angelegt. Wie viel Gewicht hast du hier? Äh, 800 Kilo. Ah ja. Da haben wir noch etwas spät. Wo wohl es ist, ja. Wobei du mit deinen über 100. Ja, 102 bin ich jetzt etwa gerade. Ja, ja. Aber vom Gewicht her, sollte es kein Problem sein. Gehst du jeden Tag auf die Waage? Ja, am Anfang hat mich das manchmal etwas genervt, wenn ich auf die Waage bin und habe gesehen, dass ich wieder leichter bin. Und ich bin einer, der mich so schnell gewährt hat. Und irgendwann habe ich nachher gesagt, es ist auch wichtig, dass ich zu weg bin und dass mir gut fehlen. Und das ist doch gleich, wie es so für eine Zahl besteht eigentlich. So, jetzt geben wir dir gleich ein wenig Opsi. Wow. Ist doch cool. Aber jetzt hast du gesagt, du machst noch die Helikopterausbildung? Ja, genau. Ja, seit vielen Jahren nehme ich Flugstunden bei dem Swiss Helikopter. Das Belp. Und warum machst du das? Also du willst mal später wirklich Pilot sein? Das wäre sicher ein Bürgerträum, ja. Aber wer weiss, vielleicht irgendwann nach der Schwingkarriere noch das Ziel. Genau, ja. Aber Zimmermann, du hast ja schon in diesem Betrieb hier die Lehr gemacht. Jawohl. Das war vor zehn Jahren. Und mir gefällt dir der Bruder. Ja, es ist einfach ein sehr abwechslungsreicher Job. Ein sehr breites Spektrum, das wir anbieten. Und das macht auch Spass. Uff, shit. Ei, ei, ei. Das Gewalpen halt auch ein wenig, genau. Der Auftrag, den wir von der Bergbahn haben bekommen, ist eigentlich eine Sichtkontrolle. Und jetzt wollten sie auch wissen, wie sieht das hier oben aus. Sonst ist alles mit dem Dachkennel oder so. Also das sollte eigentlich nicht eine Weltsach sein. Genau. Jetzt kannst du einfach draufstehen, dann hier ins Dach stehen. Oh, wow. Der hat jetzt gruselige Käfer. Ja, genau. So, ach gut. So, ach gut. Das ist halt schon noch her. Dann soll ich hier ein wenig beseln? Ja, ja. Aber im Herbst hast du hier natürlich auch einen Hetzstuhl mit Laub. Ja, das ist so. Wenn man meistens im Frühling auf Dächer geht, dann sind die Segel kaputt oder vom Schnee. Genau, das gibt es da schon manchmal. Hast du deine Lieblingsbaustelle? Als Zimmermann ist es sicher schön, wenn man ein Haus aufrichten kann. Oder auch Seller-Sachen. Ich bin gerne eine Hege am Arbeiten. Arbeit erledigt. Jetzt gehen wir zurück auf den festen Boden, wo wir Kilian tatsächlich gleich nach Hause fahren lassen. Kilian von weissen Flühen kommt aus einer Schwingerfamilie. Sein Grossvater, Vater und Onkel haben schon geschwungen. Sein Grossi fiebert bis heute immer mit. Er geht regelmässig zwei- bis dreimal in der Woche zu ihrem Mittagessen. Auch heute. Hast du überhaupt eine Wahl gehalten, ob ich schwingen kann oder nicht? Ja, das habe ich schon. Als Kind wurde das von zu Hause freigestellt. Wir durften auch andere Sachen machen. Zum Beispiel Ski fahren. Ich bin auch noch ein bisschen Rennen gefahren. Du warst gut gewesen, oder? Ich weiss nicht, wie weit das hätte gelangt. Aber es ging mir sicher auch schön. Und die Unterstützung von zu Hause war auch dort sehr gross. Von uns hat das wirklich keine Rolle gespielt. Bis heute geht der Grossvater mit dir nach der Schwingfest das Notenblatt durch. Ja, schon. Er ist immer sehr angefressen und verfolgt so sehr mit. Und dann hast du ja auch einen bekannten Halbschwager. Der Freund von dir, der Schwester, Michel, ist Sami Giger. Wie ist das so, wenn er zu Besuch kommt? Ja, es ist gerne schön und auch kurzweilig. Wenn er da ist, läuft auch immer etwas. Und wir unternehmen verschiedene Sachen. Wir haben gerne Wettkämpfe. Zum Beispiel beim Minigolf spielen oder beim Jassen. Und so. Schwingen tut er nicht? Nein, eigentlich bis jetzt. Er macht lieber mit der Schwester einen Gang. Und von dem her... Nein, bis jetzt hat er sein Training und mein Training. Aber sonst wäre es sicher cool, wenn er zu Eis kommt. Ja. Hast du dir das Ziel für das Eidgenössische? Ich habe mir sicher einfach vorgenommen, bis jetzt alles, was mir macht, zu machen. Und hoffe, dass ich dort in bester Verfassung treten kann. Du musst jetzt einfach noch das Mittag vom Grossi regelmässig zu dir nehmen. Das stärkt in sich viel. Ja, genau. Was kann sie am besten? Zum Beispiel auch die Spezialität von ihr sind Tomatenschnitten. Das gibt es sonst noch nicht so viele Orte. Aber da kann man eben zu hartes Brot noch brauchen. Von dem her ist schon etwas, was sie ganz gut kann.